Hallo und herzlich willkommen zu den digitalen Quicktips. Mein Name ist Arno Burger, und heute geht es darum, wie ihr OneNote in zwei Fenstern darstellen könnt, sodass ihr in dem einen zum Beispiel lesen und im anderen schreiben könnt. Ich möchte euch auch zeigen, wie ihr die an einem Bildschirm dann schnell nebeneinander anzeigen könnt. Zum Schluss geht es noch darum, wie ihr alle offenen OneNote-Fenster auf einmal schließen könnt. Den Befehl findet ihr in OneNote im Menü Ansicht unter Fenster – Neues Fenster. Ihr seht hier auch schon, die Tastenkombination, die man da verwenden kann, ist STRG-M. Ich klicke mal hier auf Neues Fenster, und dann drücke ich noch STRG-M. Wenn ich jetzt in der Taskleiste auf das OneNote-Symbol klicke, dann seht ihr, ich habe jetzt drei OneNote-Fenster offen. Jetzt gibt es hier auch noch einen Trick über die Taskleiste. Mit einem Befehl OneNote aufrufen, dann geht noch ein Fenster auf. Ihr seht, jetzt sind es vier. Wenn man auf diesem Symbol das Rädchen drückt – also nicht eine normale Taste, sondern das Rädchen – dann seht ihr, geht auch noch ein OneNote-Fenster auf. Wenn ihr jetzt das aktuelle OneNote-Fenster mit einem anderen OneNote-Fenster oder auch einem anderen Fenster nebeneinander darstellen wollt, dann drückt ihr einfach die Windows-Taste, den Pfeil nach links. Dann wird das aktive Fenster auf der linken Seite angezeigt. Jetzt könnt ihr auf der rechten Seite auswählen, welches dieser Fenster ihr einfach rechts daneben anzeigen lassen wollt. Dann werden die an einem Bildschirm genau nebeneinander dargestellt. Wenn ihr mehrere Bildschirme habt, könnt ihr die natürlich auch auf die verschiedenen Bildschirme verteilen. Wenn ihr dann fertig seid, dann klickt ihr einfach mit der rechten Maustaste auf das OneNote-Symbol in der Taskleiste, und dann gibt es hier den Befehl Alle Fenster schließen. Der heißt normalerweise Fenster schließen, und sobald es zwei oder mehr Fenster vom selben Programm sind, habt ihr hier alle Fenster schließen. Da klicke ich jetzt drauf. Diese Funktion habt ihr übrigens auch in allen möglichen anderen Programmen wie Word, Excel, PowerPoint. Sie finden sich manchmal an anderen Stellen, aber die Funktionalität ist dort auch da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann hinterlasst mir gerne einen Like. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren, und bis bald. Ciao, euer Arno.